Es geht weiter bei Mario Kart 8. Wir wollen uns als nächstes dem Bananen Cup widmen. Yoshi ist richtig und wir haben auch ein neues Kartteil bekommen. Metallreifen, das ist ja ein Ding. So wir gucken mal, was können wir nehmen. Ich will lieber jetzt mal, oder nehmen wir jetzt mal einen Quad mit Metallreifen. Okay, und dann also auf dem Bananen Cup erkunden. Okay, los geht's. Das erste Rennen wird dann wohl eine Wüste sein, wie ich gerade schon gesehen habe. Und das ist die Wüste von der Wii-Version. Vom Wii-Up-Liga. Die staubtrockene Wüste. Wow. Mit einer Oase. Sieht sehr formschön aus, auf jeden Fall. Moment, vom Gamecube? Der Standgard GCN. Also Nintendo Gamecube. Ist aber nicht richtig, oder? Oder irre ich mich da gerade? Oder habe ich mich verlesen? Habe ich mich verlesen? Nee, ne? Da stand GCN. Und das heißt doch Gamecube. Wenn ich mich irre, dann haut mich. Aber ich glaube schon. Und das war eine neue Rennstrecke im Wii-Ableger. Hm. Oder ich bin verpeilt, aber das glaube ich nicht. Ich bin niemals verpeilt. Nee. Genau hier außen lang. Das kenne ich auch noch. Schubidibu. Wir geben Gas, wollte ich gerade sagen. Aber gut. Wie gesagt, am liebsten fahre ich mit Bikes. Das ist ganz klar. Gefällt mir lieber als mit solchen Quads. Und sonstigem Gedöns. Nein. Da wurden wir getroffen. Von Waluigi. Und nochmal. Von irgendjemandem. Von Tordette. Manometer. Grauenhafte Runde. Okay. Na obwohl. Könnte eventuell doch vom Gamecube die Strecke sein. Weil im Wii-Ableger war auch noch so eine Höhle. Oh, wir haben einen Goldpilz. Fällt mir gerade ein. Juhu. Wir können hier ganz frei umherfahren. Uns geht's gut. Wir haben uns auf Rang Nummer 2. Gecheated quasi. Okay. Hui. Wir geben Gas. Wir haben Spaß. Und wurden überholt. Das macht keinen Spaß. Nein. Ich war gerade. Nein. Egal. Nein. Manometer. So. Letzte Runde. Nummer 3. Okay. Sehr schön. Na. Das kann aber nicht sein. Also das Squad. Gefällt mir nicht. Ich weiß. Mir gefällt gar nichts. Außer vielleicht ein Bike. Aber es ist halt so. Was soll ich denn machen? Nur für euch. Werde ich hier die ganzen Fahrzeuge ausprobieren. So. Sechs da. Das kann aber wohl nicht sein. Okay. So. Wir geben nochmal Gas. Und werden hoffentlich einen halbwegs brauchbaren Platz erreichen. Aber so auf jeden Fall nicht. Ei. Nicht gut. Am besten nochmal hier vorbei dran. Ja. Immerhin Platz 4. Ist zwar nicht besonders. Aber besser als gar nichts. Okay. Nächstes Rennen. Ei. 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 Es kann nur besser werden. Auf jeden Fall. Die Donut Ebene 3. Vom Super Nintendo. Mensch. Sieht ja auch formschön aus. Und ich muss zugeben. Die Super Nintendo Version. Habe ich auch nur ganz kurz gespielt. Und kann mich von daher nicht mehr so wirklich erinnern. Nicht wirklich. Ne. Okay. Wir geben Gas. Schade. Kein Treffer. Okay. Aufgepasst. Countenance. Nein. Ach ja. Alles ist gut. Alles perfekt. Okay. Was bekommen wir? Ein Pilz. Okay. Okay. Na mal sehen. Ob wir noch was auffallen können hier. Ich bin da gerade pessimistisch. Na. Es kann doch nicht sein. Immer ins Grüne hiermit. Schubidibu. Wir hüpfen umher. Okay. Wir sind sechs da. Das heißt. Wir könnten mal gute Items bekommen. Aber bekommen wir nicht. Es war ja eigentlich immer so, dass man auf den hinteren Plätzen meist gute Items bekommt, um Plätze aufzuholen. Ich finde, das ist hier nicht ganz so. Okay. Dreierpilz. Immerhin. Hui. Wir geben Gas. Eieiei. Vierter. Fünfter. Oh, verdammt. Okay. Letzte Runde. Und es läuft nun ja. Bescheiden. Das kann doch nicht sein. Da werden wir genau getroffen und... Oh, zum Kacken. Tut mir leid. Das habe ich gerade nicht gesagt. Nein. Jetzt kriegen wir nicht mal ein scheiß Item. Hm. Doof. Das ist echt doof. Egal. Wir geben nochmal Gas. Wir wollen Spaß. Wir geben Gas. Nein. Sechster. Das kann doch nicht sein. Oh. Grauenhaft. Was für ein Graus, liebe Leute. Heieiei. Naja. Nächstes Rennen. Platz Nummer 5 haben wir gerade. Also ich glaube, ab dem nächsten Rennen... Erstmal natürlich... Moment. Renn Nummer 3. Königliche Rennpiste. Oh ja. Kenne ich auch noch. Was ich aber sagen wollte... Ab dem nächsten Part werde ich glaube ich wieder... Den Wiggler... Äh... Wagen benutzen. Den Wiggler-Card. Weil der gefällt mir am besten. Oder ein Bike. Oh ja. Was für ein schönes Land. Schuhu-Guridu. Ja, ja. Wir können's ab. Okay. Also wir sollten schon Platz 3 erreichen. Letztendlich. In der Gesamtwertung. Weil sonst haben wir die... Minderguten Karten quasi. So, Gas geben Hallo Tod Wir haben keine Zeit für dich Wir müssen weiter Nein, nein Ja, liebe Leute Das war sehr toll von uns Ich weiß Wir wollten mal den Wasserpegel Antesten Den PQ-Wert PQ-Wert ist auch gut PQ-Wert Ne, kein PH-Wert Kein IQ-Wert Ein PQ-Wert Heieiei Okay Wir räumen das Feld von hinten auf Schluck das Okay, kein Treffer leider Oh Momentchen mal Wir geben Gas Hallo Tod Keine Zeit für dich Immer noch nicht Nein Bloß nicht Scheiß, nein Ich bin so blöd Dass ich auch noch in die Wallachung In die Wallachung hineinfahre Vierter Mann Okay Wir geben Gas Wir wollen Spaß Was ist das eigentlich für ein Item hier? Das kenne ich nicht Ist mir neu Fahr' ich erstmal noch rein Ach Scheiße So ein Scheißdrick Ganz ehrlich Okay, hat nichts gebracht Und jetzt bekommen wir so einen dusseligen Pilz Mann Na gut, liebe Freunde Noch können wir aufholen Einigermaßen Theoretisch Aber auch nur theoretisch Okay, Platz Nein Naja, immerhin Platz 4 Und wir haben noch die Chance Auf Platz 3 Die kleine Chance Aber gut Ich hab mir irgendwie mehr erhofft Sagen wir mal so Naja Sei's drum Donkey Kong Dschungel Vom 3DS Sollte ich kennen eigentlich Ja, ich glaub schon Weil die 3DS-Fassung hab ich gespielt So, letztes Rennen In diesem Cup So, noch einmal Gas geben Und irgendwie Platz 3 holen Wär schon ganz hilfreich So Schubidibu Und ich denk wirklich Das gibt's doch gar nicht Und was ich Gedenken wollte Sollte Ähm Dass ich zum nächsten Part Auf jeden Fall Die Goldmokalle nachhole Bis zu dem Cup hier Aber vorerst müssen wir eh erstmal Hier den dritten Platz irgendwie holen Okay Wir geben Gas Wir wollen Spaß Hui Oh ja Kommt mir doch bekannt vor hier Das Ganze Hui, nicht gegen die Wand Sehr schön Okay Vierter Das ist doch nichts zu glauben Dass wir hier immer Überholt werden Man kann tun, was man will Nicht mal ein Fahrfehler muss her Wir werden immer überholt Okay Na Scheiß Mario Nein Oh nö Unschön, unschön, unschön Ah, das ist nervig Okay Das war auch doof Dass ich da in die Wallachung reinfahre In die Wallochen In Wallochen Alter, ey Okay Gas geben, Gas geben Wir wollen gewinnen Darum geben wir Gas Denn wir haben Immer ganz viel Spaß Okay Wir sind dritter Wir wollen Möglichst punkten Okay, wir bekommen als dritter Oder als zweiter besser gesagt Drei Golddinger Ach, rote Dinger natürlich Okay Die könnten Gold wert sein am Ende Aber könnten halt auch nur Ah, das ist nicht zu glauben Es war so klar Es war so klar Dass wieder irgendwas schief geht Unschön Sehr unschön Und dennoch geben wir Gas Wir wollen auch immer Spaß Und wollen punkten Wir müssen punkten Wir sind zweiter Erster Wow Wir haben es geschafft Immerhin die Ehre ist gerettet Ach wie schön Und wir haben uns Doch noch Platz 3 Erkämpft Und freuen uns Und freuen uns den Keks Und sehen uns Die Ergebnisse an Voll Glück Und froh sind So Und wie ich schon andeutete Ich werde viermal versuchen Den Goldpokal nachzuholen Und dann werde ich sagen Wo ich dann jeweils Welchen Charakter bekommen habe Und ja Soweit der Plan auf jeden Fall Während wir uns hier ein paar Highlights angesehen haben Nochmal Auch hier nochmal Der Bronze Pot Und wir haben den Blood Cup freigeschaltet Und genau da wird es auch weiter gehen Beim nächsten Mal Dann wie gesagt Hoffentlich mit vier Goldpokalen Mehr in der Tasche So Also Soweit der Plan Also bis zum nächsten Mal Und bis dahin Macht's gut Das war's gut Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.